fuck ich kann ja reden hallo ich bin so ein idiot internet ist halt weg wollte ich nur sagen darum gibt es heute vielleicht morgen übermorgen über übermorgen über über übermorgen kein minecraft die beiden auf eisek wird es vielleicht geben ich weiß nicht wie viel ich vor hochgeladen habe darum dabei auf eisek wird es weitergeben aber minecraft wird halt nicht mehr also zumindest jetzt nicht mehr geben ich wollte das halt heute morgen hochladen aber irgendwie internet geht nicht also es liegt nicht an meinem wlan-router oder so ein drüst handy kommt rein mein mutter computer kommt rein mein vater kommt rein aber ich nicht und das problem ist halt so ein ding hat also ich kann es ja kurz zeigen 273 mb das hochzuladen mit meinen 1,6 k leitung zur zeit dauert das zwei bis drei stunden und das will ich nicht bei meinen älter machen darum kann ich das jetzt hier leider nicht hochladen und ja ich kann jetzt halt nur noch dabei auf eisek anbieten und diese video werde ich halt ganz schnell irgendwie hochladen irgendwie ich weiß nicht ich weiß auch nicht für mbs hat also wenn es unter 10 mb hat werde ich einfach mit meinem handy hochladen das geht schon und ansonsten werde ich meine mal fragen ob ich schnell bei ihr hochladen darf weil ihr wisst schon ach voll der heilige scheiße ja kein internet keine ahnung warum ist also es zeigt mir auch irgendwie nichts an oder so problembehandlung geht um die auch nicht wie ihr hier vielleicht sehen könnt ich finde die zusätzliche option sogar online support so wie ich das sehen kein internet aber online support anbieten so ist es ja egal ciao leute